Stronut Rollen, Terrorist, Town, Damage, Game, Alevi, Tarkan, dem Dexido und dem Minutes. Amka. Für den letzten brauch ich immer am längsten. Ähm, Julian, kannst du es nicht einfach so machen, dass du, ähm, wenn du jetzt aufnimmst, dann, wenn mal ein Rundenwechsel ist, dann mal kurz Pause machst und dann nicht wieder die Begrüßung machst. Das stört schon. Wieso machst du überhaupt eine Begrüßung? Die Begrüßung habe ich jetzt gemacht, weil wir jetzt wie andere Leute sind. Es ist einer weg. Wie das aussieht. Die Begrüßung, um hinterher die Beschreibung zu machen. Dexido? Wie das aussieht. Ja, Dexido, ja. Dexido? Der ist aber nicht da, der ist gerade auf Kalko, glaube ich. So, ich glaube, es ist einer von euch schon Rockstar Leiden getrunken. Nee, lass, lieber Tarkan, noch nicht, oder? Nee, 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 der kommt wahrscheinlich nicht wieder auf. Wart mir fünf Minuten, wenn er nicht antwortet, dann dürft ihr was schießen. Fünf Minuten sind die Runde vorbei. Wahrscheinlich nicht? Aber, Game, O. Hey, ich habe gar nichts gemacht. Jetzt ist die Runde wirklich, glaube ich, wie ein Versuch. Ich habe Gamer hier... Okay, ich habe ihn getötet, aber ich habe Gamer hier gar nicht gesehen. Verdammt! Ich muss nachladen! Ich glaube, er ist gestorben. Wo seid ihr denn alle so hier, ihr Lieber? Düm, 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 düm ... Ich habe schon zwei Punkte bekommen. Ich habe mir noch den restlichen Punkt rausgezogen. Ja, ich habe zwei Punkte. Äh, er ist hier, er ist hier. Nein, ich bin nicht hier. Nein, ich habe beide auf Lowlife gebracht, aber auch keinen getötet, wie scheiße. Was? Wer hat ihn getötet? Schau mal nach. Ich habe getötet. Warte. Ach, verdammt. Äh, ne, du hast ihn getötet. Das ist das dümmste, was man machen kann. Beide auf Lowlife bringen und dann niemanden töten, das ist scheiße. Ja. Oh, ich tebeke jetzt nicht. Ich war froh, dass ich mit Levi im Team war. Du hast dich so lustlos an. Ich habe mal darüber nachgedacht, meinen YouTube-Account zu nutzen. Ja, und wie? Warum nicht? Ja, ne, weil ich A, Fraps gelöscht habe. Fraps traust du nicht? Ich benutze jetzt mittlerweile auch was anderes kostenlos. Ja, es gibt ein kostenloses Programm. Und das ist besser. Okay, dann geht in A, habe ich keine Idee, was für Videos man soll. B, habe ich keine... Meep. Ich könnte dir, ich könnte dir sogar was sagen, was du aufbrenntest. Alter, das ist Sachbeschädigung. Ja, ist vielleicht. Keiner will meine Stimme hören oder mich... Oh, dankeschön. Ich habe gepflanzt. Wir müssen übrigens mal ein bisschen mehr Roleplay machen. Schöter. Nachlebt mir. Ja, ne, das macht keiner hier. Ach. Julian, dafür sind die zu uncool. Lass mich hier noch hoch. Ja, okay. Schade. Ich würde gerne mal Roleplay machen. Ja, das wäre cool. Ja. Oh, ich... Ohne Witz. Julian, du... Wir müssen uns mal... Ey, wer ist gestorben? Du bist mal... Levy, das ist falsch, er ist gestorben. Wie ist das falsch? Äh, wie ist das denn? Äh, nur von euch da auf die andere Seite. Ich gebe mich jetzt weiter. Ach, du hast dir die Leiter runtergefallen? Ja. Stolz. Levy, komm, wir gehen spielen. Wie das... Komm, Levy, wir gehen spielen. Ja, Eva, wo bist du überhaupt? Ich will mit Levy alleine sein. Alter, ne. Meinetz! Meinetz schießt auf mich! Meinetz ist da! Jetzt sind die anderen zwei. Levy, hast du da schon gewusst? Ja. Den habe ich immer gecampt. Ja, da. Dann wird dir ein bisschen warm. Okay. Jetzt geh. Die Musik ist so scheiße. Mmh. Levy, ich könnte dir wirklich sagen, was du aufnehmen könntest. Aber ich glaube, das willst du nicht. Lass später drüber reden. Okay. Übrigens... Was ich vorhin noch sagen wollte, äh... Julian, du musst... Das wusste ich nicht. Ach, auf der Maps. Ähm, Julian, du musst irgendwie in... ein Mod-Pack aussuchen. Oh fuck. Alter, wenn du wüsstest, wie viel HP ich habe! Komm mal da rein. Wir haben mich ein frei HP. Warte, Julian, warte, 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 warte. Okay, ich hoffe. Okay, ich hoffe. Gäme, was wolltest du noch? Ähm, Julian, komm hier rein, komm hier rein. Julian, Julian, komm. Wie das? Nein! Nein! Ah, nein! Julian, jetzt hör mal zu. Ähm, du musst so ein paar Mod-Packs aussuchen. Dass wir so ein eigenes Roleplay wirklich mal aufnehmen können. Das wär wirklich mal cool. Meinst du mal Minecraft? Ja, zum Beispiel Minecraft. Mit Mods halt. Mhm. Oder ohne. Oh, das wär geil. Da bräuchte man aber eher so Real-Life-Mods, als so Technik-Mods. Nein, ich... Ja, zum Beispiel... Zauberei-Mods. Ja, zum Beispiel... Ja, ich kenn Zauberei-Mods. Nee, nee, ich meine eher so nicht Zauberei-Mods oder doch. Ach so. Ja, aber das wär eigentlich gar keine schlechte Idee, oder? Leu, ich bin außerhalb der Map gebackt. Scheiße. Was? Mann! Töte dich! Ja, okay. Schnell. Warm. Warm, warm, warm. Gamer? Wir wären so eine Idee eigentlich. Wär nicht schlecht. Ich weiß so nicht genau, wie man's umsetzen soll. Gamer? Und auch so, dass alle noch Bock haben. Ja, Levi? Ähm. Dass alle noch Bock haben. Ich hab... Technik-Launcher funktioniert, glaub ich, wieder bei mir. Uh. Uh. Ja. Beziehungsweise Hexit. Ja, der Hexit, der ist aber nicht mehr da. Ja, ich weiß trotzdem. Ja, ich muss mir halt einen neuen holen. Musst du nicht machen, ich wollt's nur mal so gesagt haben. Okay. Wann machen die... Ah, okay. Ich war nur zu fett. Ach, Dexy, du ist wieder da, hallo. Ja, aber da... Sind das nicht die Dinger von Portal? Wo? Äh. Diese Wanddinger, diese... Ich würd schon sagen. Das ist ein Aufzug. Das sieht so aus. Ich geh rein. Vielleicht funktioniert. Ist das für ein Raum? Ist das für ein Raum? Das ist ein Aufzug. Was ist das für ein Raum? Ist ein Aufzug? Was ist das für ein Raum? So ist es mysteriös so. Was ist das für ein Raum? Ist ein Aufzug? Aber er... Ich möchte, dass die... Wo kommt Tarka denn mal her, Junge? Wo kommt der immer her, Alter? Ich möchte aber irgendwie, dass wir jetzt schon das irgendwie so aufnehmen. Ja, wir... Ja, aber wir können auch hier ein Gervis Mord für Roleplay machen. Das finde ich auch lustig. Ja, das macht aber irgendwie keiner. Ich mein, so wie von meinem Lieb... Wer ist für Roleplay? Ich. Ja, ich. Dass man mit dem, was die Meld... Ist jemand gegen Roleplay? Wow! Niemals gegen Roleplay. Ja, dann lass doch noch Roleplay. Weil ich... Ich finde, also so wie das meine Lieblings-Youtuber machen, einfach mit dem, was die Meld hat, irgendwas lustiges machen und dann können die Traitor auch mal halt... Ich stell euch jetzt diese Grafik vor, die von diesem Dings an die Wand produziert wird. Ja, nein. Na, warte, warte, warte. Ja, geil, dass ich da noch... Ja, ja, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich hab die Idee. Ähm, alle mal bitte hier in den Raum kommen. Und zwar der Deter, ähm, wird uns, ähm, dazu bringen, unsere eigenen Ideen vorzustellen. So Ideen für irgendwelche Erfindungen oder irgend sowas. Und wenn er's, und wenn er, ähm, sie nicht mag, darf uns töten. Da liegt mir ein Cideri. Ich möchte gerne meine Grafiken erklären. Komm mal hier, hier. Vorsicht. In den Hauptraum, ich möchte meine Grafiken erklären. Der Bima ist aus. Alle anderen sind woanders. Der Bima ist aus. Der Bima ist aus. Komm, wir gehen... Komm, wir gehen... Okay, ich bin... Ich bin Ingenieur. Nein! Ich hab mich zerstört. Es tut mir leid. Wir müssen... Das hat keinen Sinn mehr. Alter, die Musik passt dazu so. Ich bin dazu bestimmt größeres zu tun. Bist du nicht? Nicht. Gar nicht. Ich war kurz vor dem Suizid, aber der Detective hat mich gerettet. Der Detective lebst du noch? Der Detective ist gerade gestorben. 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 Was hast du getan? Okay, lass mal ab nächster Runde Wargay machen. Dankeschön. Ja, einfach... Wie findet ihr die Idee mit den Ideen, was man so für Erfindungen machen könnte? Einfach mal so machen. Und der Dete tötet... Aber der Dete muss schon etwas kinetic sein. Also es sollen lustige Ideen sein. Und der Dete soll jetzt nicht jeden töten. Oh, Entschuldigung. Mein Finger ist ausgerutscht. Oh, ne. Doch nicht. Ja, nice, Levi. Zwei Tretter gekillt. Nice. Also, ähm... Was hab ich gemacht? Darf ich jetzt noch ganz kurz? Der Dete muss jetzt auch schon so... Die einfach auch leben lassen. Also nicht jetzt jeden töten. Weil, ne, ich mag das nicht. Einfach auch ein bisschen was leben lassen. Was ist... Was? Warum? Hä? Was hab ich gemacht, Hagan? Ich hatte echt zugehört. Hör doch mal zu. Hä? Ich wusste, dass die beiden Twitter sind. Ich hab doch direkt auf die geschossen. Hab ich nicht gesehen. Ja, ich hab... Als ich bin um die Ecke gekommen und hab sofort auf die geschossen. Mhm. Als ich sie gesehen hab. Ich hab ganz knapp... Dann hatte ich auch eine gleiche. Es war ja klar, dass die beiden sind. Ich hab ganz knapp... Labe, 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 Labe. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich glaube, wenn ich nicht daran denke, irgendwas zu machen, dann bin ich gut drin. Ja. Kenn ich. Gerade eben, ich war mit beiden Traitern alleine. Ich phase und phase und töte die einfach mal so, wie jetzt wär's was ganz normales. Ja, also, boom, wir haben... Boom, easy, boom, easy, alle boom, 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 easy, Alter. Ich will, glaube, irgendwie so ein Roleplayer in Minecraft machen. Sollen wir es so machen, dass jeder nacheinander reingeht oder alle gleichzeitig? Nein, wir sind alle gleichzeitig drin. Okay, ich bin der Detektiv. Geil. Okay, ähm, zu den... Oh, schiee! Oh, ich bin der Geschäftsführer. Einer ist gestorben. Ja. Und für einen, der einen guten Vorstand hat, gibt's den Grund gar nicht. War er gestorben? Achso. Ja, heil. Ja, ich hab mich sterben hören. Wer möchtest du erst hier vorstellen? Seine Idee? Ja, Moment, es ist... Kommt mehr hier. Alle zum Hauptraum. Zum, äh, Dima. Hallo. Hä, wo ist es denn? Wo ist die... Der Bima, der... Ja, äh... Der Bima, der... Weil da, in dem Gang... Ja, genau. Ebt noch sonst irgendwer, der... Ja, Gamer, Gamer, komm. Äh, ich hätte eine Idee, die... Ich bin schlecht im Vorstellen, aber... Ich auch. Gamer, bringt noch seinen zu trinken mit. Geil, der Tarkan, wir schaffen das. Und bitte alle holz da, außer der Detektiv. Ja. Die sind so scheiße. Gibt's die Golden... Den Golden Gun gibt's für denjenigen, die eine... Ich... Ich... Ich wette, ich und Davy werden erschossen. Nein, nein. Äh, der Traitor muss auch ein bisschen Freiraum losen. Detektiv. Ach so. Wer hat das Fett zerstört? Äh... Sachbeschädigung. Äh... Sachbeschädigung. Sachbeschädigung! Nicht! Nicht schießen! Nicht böse! Wir sind hier bei einem Lied. Wir sind hier bei einem Lied. Wir sind hier bei einem Lied. So! Wer möchte zuerst seine... Äh, ich würde... Ich würde, aber ich bin schlecht in sowas. Aber... Ich bin auch sehr nervös, weil es mein erster Arbeitstag noch nicht ist. Lass es doch. Alle zuhören. Mein Lass es Tarkan. Das ist ein wichtiges Gespräch. Alle gucken bitte den Vorsteller an. Äh... Ähm... Polzert. Aber egal, die Runde kann werden. Wir können trotzdem noch was. Also... Ihr kennt ja Gummibärchen. Wisst ihr, die sind ja aus Bären gemacht. Ja. Und... Also meine Idee wäre... Penisgummibärchen. Und... Und bitte, bitte hört zu. Die sind nicht nur aus Penissen gemacht. Die sehen wie welche aus. Die schmecken wie welche. Ja, also das wäre bisher meine Idee. Lass sie bitte diesen Raum. Sie sind gefeuert. Muss ich auf der Seite kommen, das soll ich so? Oder... So etwas gehört nichts in unser... In unser Sortiment. Lass sie bitte diesen Raum und kehren sie nie wieder zurück. Ich sag bitte. Ey, welches davon... Mann, ich bin, ich bin, ich bin. Julian, Julian. Ja? Ich hab ne bessere Idee. Ja? Ey, was muss ich davon runterhalten? Was wollen Sie? Was tun Sie? Darf ich bitte rein? Was... Was wir es machen? Lalalalalalalalalala! Ja, mein Junge! Es macht dich nicht! Es macht dich nicht! Livi! 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 Livi!